Die DJK Unterspießheim holt daheim ein Unentschieden gegen Strahlungen. Neben mir steht der Trainer von Unterspießheim. Herr Seger, sind Sie zufrieden oder enttäuscht, dass es heute nur ein Unentschieden wurde? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gewusst, es kommen sehr, sehr steige Gegner. Die haben schließlich im vorigen Jahr mit großem Vorsprung Meister gemacht in der Kreisliga. Die sind motiviert. Insofern hätte ich natürlich gerne gewonnen, aber ich kann mit dem 1-1 gut leben. Ich bin zufrieden. Wir haben nicht gut gespielt. Das ist nicht das Thema. Aber wir haben auf jeden Fall gekämpft, Herz gezeigt und zum Schluss das verdiente 1-1 gemacht, aus meiner Sicht. Das Spiel war auch von einer gewissen Härte gekennzeichnet. Was verlieht im Spiel eine gewisse Härte? Das ist der Beginn der Runde. Man will Punkte machen. Hat war es, aber nicht richtig unfair. Es war halt richtig intensiv. So muss man spielen in der Bezirksliga. Und der Gegner spielt eben auch so. Mir kam es so vor, als wäre Ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr passiv gewesen, aber in der zweiten Halbzeit immer aktiver in das Spiel gekommen und hat sich mehr Chancen erarbeitet. Warum war Unterspielsheim in der ersten Halbzeit noch so passiv? Das kann ich leider nicht beantworten. Das war im vorigen Jahr schon immer so, dass wir lange brauchen, um ins Spiel zu kommen. Der Gegner hat uns ein bisschen überrascht mit seiner Spielstärke, muss ich sagen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann eben mehr riskiert und vor allen Dingen auch ganz bewusst die Zweikämpfe gesucht und auch über Herz und über Kampf versucht, das Spiel zu drehen. Was muss sich jetzt im Hinblick auf das Heimspiel gegen Geesdorf am Sonntag ändern? Wir müssen dann gleich ins Spiel kommen. Wir müssen versuchen, sicherer und mehr am Ball zu bleiben. Und den gleichen Einsatz und die gleiche Mentalität zu zeichnen. Das werden wir dann nicht verlieren. Das ist das Ziel. Dann bedanke ich mich für das Interview und viel Glück am Sonntag. Danke, danke.